KP-Komponenten – weiterführende Zusatzleistungen zum fertigen Teil. KP-Komponenten kann nach der Produktion von Komponenten auch eine umfassende Palette von Zusatzleistungen anbieten. Unsere Abteilung für Zusatzleistungen kann manuelles oder thermisches Entgraten und Hohnen durchführen und die Komponenten vollautomatisch reinigen. Das manuelle Entgraten erfolgt auf herkömmliche Art und Weise. Es kommt bei Komponenten mit größeren sichtbaren Flächen zum Einsatz. Beim thermischen Entgraten kommen die Komponenten in eine Druckkammer, in dem ein Gemisch aus Sauerstoff und Gas zur Zündung gebracht wird. Nach dem Zünden erwärmt sich die Kammer auf 3000 Grad Celsius und die dabei entstehende und übertragene Wärme entfernt alle nicht sichtbaren Grate, Stoßstellen und Späne aus dem Bearbeitungsprozess. Das Verfahren nutzt dabei das Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen dieser Grate und Stoßstellen. Die Werkstücke selbst erwärmen sich bei diesem Prozess kaum. Eine weitere zusätzliche Oberflächenbearbeitung stellt unsere Hohneinheit dar. Hohnen ist in der Regel der letzte Fertigungsschritt, bevor das Teil zum Kunden versandt wird. Unsere Hohneinheit arbeitet mit einer Gratheiz- und Rundheitstoleranz von maximal einem µ. Ein Arbeitsgang, der fortlaufend gemessen und dokumentiert wird. Dieses Verfahren ist so genau, dass höchstens 250 Einheiten pro eine Million Fertigteile die Toleranz nicht erfüllen. Ergänzend zu diesem Verfahren bieten wir auch eine Ultraschallreinigung an. Nach dem thermischen Entgraten und Hohnen durchlaufen die Komponenten unsere vollautomatische Reinigungsanlage, wo die Teile mit Ultraschall gereinigt und anschließend unter Vakuum getrocknet werden, bevor diese verpackt werden. Bei Bedarf bieten wir auch verschiedene andere Zusatzleistungen mit externen Partnern an. Schleifen, Härten, Metallisieren, Feuerverzinken und galvanisches Verzinken, Verchromen, Eloxieren, Lackieren, Auswuchten und sogar Montieren. KP-Komponenten bietet seinen Kunden die Möglichkeit, sowohl Rohmaterial als auch Fertigteile auf Lager zu halten. Dieses ermöglicht uns selbst, komplexe Komponenten innerhalb von zwei bis vier Tagen zu liefern. Diese Kanban oder Konsignationslager reduzieren die gebundene Lagerkapazität unserer Kunden und gewährleistet neben kurzen Lieferzeiten auch ausgezeichnete Qualität und eine konsistente Versorgung mit Fertigteilen. Selbstverständlich beschaffen wir alle erforderlichen Dokumentationen, wenn unsere Kunden eine lückenlose Rückverfolgbarkeit benötigen. KP-Komponenten – weiterführende Zusatzleistungen zum fertigen Teil.